Die Kinder fanden Traurigkeit. Allerdings mussten sie sich den Thronplatz teilen. Verdientermaßen, denn beide haben mit fröhlicher Musik gewonnen. Die Musikantenkönigin Friedlinde, das Sachsenkind mit ihrem Hit. Mit den Männern hat man nichts wie Ärger. Und die Musikantenkönig aus Tirol, Willi Kroll und die Zillertaler Gipfelschimmer mit Stimmungsmedley. Ich kann schon bis 20 zählen, weil's wie jeder Bonbon schmeckt. Die großen Rätsel dieser Welt, die hab ich schon entdeckt. Ich kenn den Blilog, die mich aus in Mathe und Physik. Nur etwas ist mir schleierhaft, warum es Männer gibt. Nur etwas ist mir schleierhaft, warum es Männer gibt. Mit den Männern hat man nichts wie Ärger. Männer haben wirklich keinen Sinn. Wir Frauen sind doch ohnehin nicht stärker. Und ich freue mich, dass ich kein Männer bin. Denn mit denen hat man nichts wie Ärger. Doch wo soll man nur mit all den Männern hin? Der Heiko ist ein Freund von mir und so alt wie ich. Doch neulich beim Versteckspiel fand ich den Heiko nicht. Nach Stunden hab ich ihn entdeckt. Er saß beim Abendessen. Ich sag, Heiko, unsere Hochzeit, die kannst du jetzt vergessen. Heiko, unsere Hochzeit, die kannst du jetzt vergessen. Mit den Männern hat man nichts wie Ärger. Männer haben wirklich keinen Sinn. Wir Frauen sind doch ohnehin nicht stärker. Und ich freue mich, dass ich kein Männer bin. Denn mit denen hat man nichts wie Ärger. Doch wo soll man nur mit all den Männern hin? Die Mutti, die ist lieb zu mir, singt abends mir was vor. Doch als sie neulich heiser war, musste Papi in die Spur. Der sang von Käselöchern und von Pi auf Hawaii. Ich dachte, hoffentlich ist Muttis Hals morgen Abend wieder frei. Hoffentlich ist Muttis Hals morgen Abend wieder frei. Mit den Männern hat man nichts wie Ärger. Männer haben wirklich keinen Sinn. Wir Frauen sind doch ohnehin nicht stärker. Und ich freue mich, dass ich kein Männer bin. Denn mit denen hat man nichts wie Ärger. Doch wo soll man nur mit all den Männern hin? Mit den Männern hat man nichts wie Ärger. Ja, Männer haben wirklich keinen Sinn. Wir Frauen sind doch ohnehin nicht stärker. Und ich freue mich, dass ich kein Männer bin. Denn mit denen hat man nichts wie Ärger. Doch wo soll man nur mit all den Männern hin?